So, dann bin ich schon wieder und weiter geht's hier. Hallo. Hallo. Sam. Hallo. Sam, hier ist Lara. Oh Gott, Lara. Es tut so gut, dich zu hören. Ich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein, ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine scheiß Angst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nichts sehen. Sam? Sam! Ein Feuerritual. Wie auf dem Bild in Himikos Grab. Rock, bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir und wir gehen zusammen rein. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass wir denen noch begegnen. Gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Halt dir mal selber zu, Lara. Ich bin dead. Die waren wirklich übermenschlich. Auch nervig. Ein bisschen zum Teil. Ich habe gehört, sie hätten einfach Frauen aufgegriffen. Ja, und eine soll den Test machen. Vielleicht ist sie die eine. Dann kämen wir endlich hier weg. Bleib locker. Hilfe, schnell! Die Outsiderin wehrt dich! Oh ja. Ich habe das Gefühl, die gehören zu einer Art Orden oder so. Trinity. Trinity Orden oder so. Vielleicht mich noch gut daran erinnern, wo ich Horizon aus dem Tomb Raider gespielt habe. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu. Ich komme und hole dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey! Sie hat das Brückgericht! Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammte Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Oh Gott, Hilfe. Ich verspreche es dir. Hä? Was soll ich in dem Punkt bitte machen? Romisch. Ach so, ich hätte mich auch festzellen können. Haha, geil. Der Tank ist voll! 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 Der Tanky ich bin nur noch ein schrug der opferklerk ich gehe weiter ist mir egal Was ist das? Und das war auch klar. Wiese fallen teilweise. Das sind die Propeller. Tschüss. Alter, das ist geil. Ich finde das Spiel gut. Ist auch der zehnte Teil in dieser Reihe. Ja. Hey, kommt nicht immer dagegen. So, wo kann ich landen? Hilfe! 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 Was ist das? Was ist das? Oh! Oh, das tut weh. Zu schmerzhaft. Wie soll ich das denn, ne? Was sind die ja durch? Ich weiß nicht, ob man sich brechen. Bitte! Ich weiß, du bist mit ihm getürmt. Bitte! Schwein! Schau krank! Schau krank! Schau krank! Gott! Schau krank! Schau krank! Schau krank! Schau krank! Was ist denn los? Der Somalia, der ist total durchgedreht. Schon wieder? Irgendwas vertreten? Nein. Er ist ein harte Horn. Aber er kommt nicht rein. Was ist mit ihnen angerufen? Wir haben sie in die Höhlen gesperrt. Ich verstehe sie nicht. Warum lässt Vater Matthias sie am Leben? Wegen des Mädchens. Sie wollten sie retten. Ich helfe schnell! Scheiße! 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 Komm! 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 Mein Gott! Anstrengend! Aber so bin ich halt Naturkämpfer und Freiheitskämpfer zugleich. Komm! Du Söldner! Raus da! Ich mach mal irgendwann Fug bei ähm Predator! Instinkt spielen! Ja! Wird auch noch kommen! Habe ich sogar auch schon mal ähm hier im Internet mal angeguckt. Wo ich das herkriege. Wird mal Zeit für mehr Xbox Spiele! Ja! Werden auch kommen! Scheiße! 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 Ja! Ich möchte mich in die Hand. Ja! Ich will mich in die Hand. Entschuldigung! Okay. Shit. Oh, my God. Oh, my God. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße. Die Outsiderin! 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 Ich krieg das schon! Die Outsiderin! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die sind echt hartnäckig, diese Penner 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 Die sind hartnäckig, diese Penner Die sind echt hartnäckig, diese Penner Du sollst doch nicht da hinspringen, nur dann Die sind echt hartnäckig, diese Penner